Hallo und guten Tag, dies ist ein Test. Test des Mikrofons und Test der Aufnahme. Ich zeigte dieses Telefongespräch mit beiden Handys auf, mit meinem Galaxy S8 Plus und gleichzeitig mit dem Galaxy S5 meiner Freundin, das ich angerufen habe. Jetzt deaktiviere ich mal das Bluetooth-Headset und spreche normal. So, ich bin jetzt normal am Telefon. Guten Tag, dies ist ein weiterer Aufnahmetest. Wie eben schon bekannt gegeben, zeichne ich auf beiden Handys auf, nämlich auf meinem Galaxy S8 Plus und gleichzeitig auf dem Galaxy S5 meiner Freundin, das ich angerufen habe. Jetzt endet der Test. Vielen Dank.